Ja, über die Straße gehen ist nicht nett. Deswegen darf man aber nicht. Ah, so geht die Karte öffnen, okay. Interesting. Ja, 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 ja. Feuer frei! Ich weiß, ich habe da lange Hohen nicht umsonst. Ich wollte mir das Ding verliehen. Ja, eine Fahne. Ein Shortcut, sehr gut. So. No, Butter ist cool. Butter ist cool. Das war hier auch ein Gefecht gewesen. Na, ey, hör auf. Da haben wir ewig für gebraucht. Weil immer wieder neue Leute gespawnt sind. Wie komme ich hier lang? Ich lauf da vor. Da. Du hackst gar nichts. Wir schießen einfach nur den Hamster da rein. Mehr machen wir gar nicht. Ich habe dich, little guy. In you go. Oh Gott, ey. Der arme Hamster. Ich frage mich auch auf, was wir da drücken. Und ich frage mich auch, wie lange das der Hamster mitmacht. Oder wir immer einen neuen kaufen. Ach ja, hier haben wir einmal den Auftrag für die Polizei erledigt. Stimmt. Oh, wir müssen hier noch alles looten. Loot, loot, loot. Nur mit Loot geht's gut. Nur mit Loot geht's mir gut. Da haben wir ja Fader, äh, Tokens Fader hier einlaufen lassen, einfahren lassen. Ja. Aber ich glaube, sie sind nicht dafür gemacht, dass man sich hier in den Hintern steckt und in irgendwelche Elektrogeräte schießt. Aber Hamster, naja. Oh, ja. Ja, das haben wir alles schon gelootet. Ah, hier waren wir drin. Okama Games hier. Hat ja auch ein Bild von Token. Ach, von Tweak und Craig. Oh. Token und Nadine. Nee, nee. Irgendwas. Ich hab vergessen, wie die hieß. Ah, nee, im Charakter Nummer 3. Keine Ahnung. Oh, die Bassgitarre war auch so geil. Token. Wie oft soll ich dir das sagen? Schwarze können Bassgitarre spielen. Und hier haben wir den Fader gebettelt. Da. Tweak und Craig. Weiße Nächte. Leck mir doch die Nudel, ey. Ich wusste es, es gibt eins hier. Oder ich hab's zumindest geahnt. Mein Arsch hat's gespürt. Polycarbon nach 5. Witz, würd du look at this? Wow, now this is a superhero bass. Holy smokes, they got a training room, and computers, and legends. Well, this beats the crap out of Coons Bass, huh, Newkid? Gee, I can play here every day. What are you doing here? Hey, Mysterium. Well, we were just hoping to speak with Dr. Timothy. Why? The Newkid wants to switch franchises, and I told him I'd help. Hey, Newkid. Thought you might end up here. They're here to spy on what Timothy is working on. I see we rip up your shreds. Calm down, everyone. Let's hear what they have to say. Oh, God. It's him. This is a fairly shocking change of heart for you, Professor. You really wish to help the Newkid switch franchises? Well, yeah. You know, we just thought that, you know, your franchise seems a lot more open and progressive. But, you know, we just thought he should switch because Coon and Friends, and he's not going anywhere. Oh, God, see, the Newkid came to me and said, how do I quit Coon and Friends? And he said, I hate Coon and Friends. I decided to help him out. You get anything? The aluminum foil on his helmet seems to be blocking my abilities. Ha, ha. He got it. Don't trust them, Doc. They can't see what you've been working on back there. What if the Newkid really wants to switch? We can see if the Newkid's intentions are pure. We're sending Tupperware on a very important mission today. You can help him with that mission. I don't need backup. Especially not a new. Easy, Tupper. Remember the Freedom Pals motto? Yeah. Retribution, but with inclusion. I'll send you the details on the mission. When you get there, we can begin. In the meantime, I must get back to my work. Okay, was macht Timmy da? Hey, Newkid. We've got that counseling appointment with Mr. Mackey. Meet us at the school. As soon as you can. Ha, I'm so nervous. Oh nein, müssen wir wieder irgendwelche Angaben zu unserem Charakter machen? Freedom Pals. Greetings, fellow Coon and Fe... Uh, Freedom Pals? Der mag uns nicht, ne? Komm schon, Mysterion. Nicht so schnell. Probe, dass du wirklich hier bist. Bleh. Tupperdose. Du musst dir selbst prüfen, bevor wir das machen können, Newkid. Oh Mann, ey. Vor allem sind wir immer noch Zef von Coons. Du Grimm. Was ist das? Astral... Ding. Hab ich nicht ganz gelesen. Nein, falsch. Da. Astral... Ast... Astre... Äh... Astral Klopfer. Alles klar. Da weißt du, wo die Rockwurst knackt. Wow. Mit dieser Schuss, das kostet zumindest 100 Dollar. Hast du das? Vielleicht wird der Training... Training... Äh... Raum für uns noch interessant werden. Vielleicht drehen wir auch eine neue Fähigkeit. Kann ja sein. Captain Einsicht. So, okay. Wir müssen... South Park... Altenheim. Oh Gott. Was... Wem begegnen wir da? Der Rollator Gang? Oder was... Was kommt da noch? Der Griff war gerade in die falsche Richtung, aber lass gut sein. Hallo. Was? Ich wollte ein Foto mit dir machen. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Ich wollte gerade hingehen und gucken, ob ich ein Foto mit dir machen kann. Da haut der mich weg. Einer Dübel, der sieht gerade ein. Der macht niemals genug Schaden. Thundertweak macht niemals genug Schaden. Wir müssen... Weiter mal vor... Boah, ich kriege da so einen Kopfschmerzen, Alter. Ist nicht so geil. Ah... Aaaaah... ... bei der macht von grayskull ich habe die kraft was kannst du denn beschwöre ein offensiv geschützte nice alles klar tausche plätze also tausche die plätze mit irgendjemand und erhalte schutz alles klar das heißt wenn ich mir jetzt da rein stelle bekomme ich schutz chopperdose war ja gut diese stadt ist der absolute shit an der junge so und den rest verblutet der typ wenn schwieg drauf geht ist egal ich würde trotzdem gerne einmal sehen was schwieg so kann eigentlich von wegen fähigkeiten her ok das kann nur was direkt davor machen ok ja guck das war es ein angriff der garantiert schrumpft und was unter kühlung verursacht ok nicht schlecht nicht schlecht herr specht muss man ja mal sagen ich hätte nicht gedacht dass wir es gewinnen ich hätte ja echt gedacht die machen uns fertig ok ja klar wie manche wie kennt was gummi knüppel wachs auch fein er selber schuldig wollen und foto mit dem machen mein gott naja hier haben wir schon es ist egal der terrier luft bekommt mit wir sind hier für die kommunale service oh wunderbar alle einige der lokalen Kinder sind hier um uns zu singen Richtig gut. Oh Gott, müssen wir jetzt irgendwie quickchampen, wenn es mal... Ich dreh ab. Loll, jetzt geht los. Jetzt geht ab. Ach, hör auf. Das ist Kunst. Wie geil war das denn? Das war der absolute Oberhammer. Na toll, jetzt müssen wir uns mit alten kloppen. Was machen die Pfleger? Die Pfleger machen gar nichts. Okay. Das ist easy. Oh nein. Oh, er schießt dich. Mieses. Oh, ich hasse ihn. Halt und verwöhnt. Alter, Junge. So, so weit nach vorne gehen wie möglich, wir rushen einfach an den vorbei. So. Hier hin. Perfekt. Und an den Renten vorbei. Zack. So. 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 ein Weg ist... Eine Schneise wurde gerade gezogen. Alter, die armen, alten Leute. So. 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 Hah AWS. So. 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 tot und verderben junge frau jetzt ist vorbei jetzt gibt es hier tod und verderben jetzt ist mir egal verreckert die alten leute überlasst das feld der jugend soviel schaden wie möglich anrichten wo kommen ist hier nest die ist so ekelhaft macht doch was anderes ist die widerlich sehr gut tod und verderben tod und verderben ich will doch nur woanders hin von mir aus das kannst du machen so die sind echt anstrengend ja ekelhaft war ich gehe nie wieder hier rein so tot und verderben sehr gut meister der manipulation so also ich bin für meine verhältnisse durch die oma die kann sowieso nix ja mach du doch kaputt fertig gott sei dank gott sei dank darauf erst mal ein schluck wasser boah waren die ekelhaft die waren die ekelhaft und dann wundern die sich warum die keiner besuchen kommt weiße so